Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Minecraft Turo 4. Ich bin bei 635 und minus 608. Hallo! Das ist 500 Blöcke entfernt von mir. Dann lauf mal. Soll ich dir die Minen nicht mehr weiter abgehend nage? Nein, nein, nein. Ich bin jetzt hoch. Ok, passt. Ich hab die Cards bei mir jetzt auch im Planner da, aber das ist jetzt echt wurscht. Meine Axt ist gar hin. Ja Jungs, wir werden fighten. Wir haben uns verabredet, was ich eigentlich nicht machen wollte. Das ist jetzt so ein fight vorabreden. Ja, wollte ich eigentlich auch nicht machen, aber ich finde das ist fast anders nicht möglich, weil wir zwischen den vorigen Fights haben wollen. Ja. Und nicht nur am Anfang und am Ende. Das sind die anderen Typen eigentlich, die sind noch gar nicht drauf. Ja. Zack, hin ist sie. Wer? Meine. Kacke. Ja. 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 Machen wir unseren Garten noch? Ja. Können wir machen. Aber ich weiß nicht. Ich würde erst näher gehen. Den näheren Garten machen geht nicht gut, oder? Nein, das war's so. Ja. Also ich bin jetzt bei 663 und minus 600 und etwa. Wo treffen wir uns eigentlich, sonst könnten wir gleich dort hinrennen. Ja, 600, 600. So, ich bin ja mal an der Oberfläche. Gehen wir noch nicht? Ich brauche es mal noch. Wovon sind schon wieder 2 Minuten rum. Es ist niemals 2 Minuten rum. 600, 600 minus 600 schätze ich mal, gell? Das sind mal die Richtung und die Richtung anscheinend. Ja. Oh, bei mir wurde ein Baum abgebaut. Bei mir. Da kann ich noch weit laufen. Hä? Da kann ich noch weit laufen. Echt? Ja, halt. Vier mal Blöcke noch circa. Und das Essen geht schon wieder weg. Ich hab gar kein Essen mehr. Echt? Ich hab noch 7. Ich hab noch 7 gebraten. Ich hab insgesamt 10 oder so gebratenes. Wo bleiben die? Keine Ahnung. Ach, die sind da. Ich bin da. Das ist, sucht die an, die sind da. Passt schon. Gut. Wie bist du? Ich bin auf 360 und minus 500. Bei 600. Äh. Bei 600, 600 bin ich jetzt. Also 600 minus 600. Ich bin jetzt schon bei 400 minus 600. Ich kann ja gleich sehen irgendwo. Ja. Ich muss jetzt auch... Fuck, ich bin fast in der fucking Schlucht eingefallen. Bist du auf offener Fläche oder? Nein, noch im Wald. Im Wald. Ich bin oben auf den Bäumen. Ich bin beim ganz normalen Minecraft-Wald. Mach dir schon mal deinen Stub. Ja. Ich hab da nur gerade ein paar... ...Piecher mitgenommen. So, ich bin jetzt auf 500 minus 600. Hey, das gibt's nicht. Auf welchen Baum bist du? Ich bin jetzt schon auf... Ah, da oben, oder? Bist du das? Ich drehe mich gerade an. Wenn du das nicht bist, dann bin ich im Eimer. Nein, Spaß. Steve, was soll ich machen? Dein Schwert. Ich hab mal einen Plan, was jetzt machen. Mach mal Kiste. Alexi, warte mal. Alexi, wir haben keine Zeit. Das ist dir bewusst, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Dann Feuer. Hier deine Rüstung. Okay. Biotier, soll ich zwar... Soll ich dir mal ein Schwert oder ein Starschwert machen? Ah. Mit Starschwert. Riesen Schwert. X... Nein, ist nein, glaube ich oder was. Ey. Wir müssen zu 250 und 250. Das darf man niemals. Oder? Ich glaube auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Nur auf Smite... Ah, nicht auf Smite. Auf... Das gibt's ja nicht, Alter. Steve kann so wie Bücher-Craft, wenn die Verzauung nicht hinhalten. Hast du kein Brot auf deine Brust? Doch. Aber kein Schab auf dein Schwert. Ja, dann gib mir doch das Schwert. Eins kann ich doch mit enchanten. Aber beeil dich, Alter. Du brauchst es so ewig. Ich hab 5 Level mit Schärfe. Ja. 3 Level, okay. Ob es gemacht ist, keine Ahnung. Ich hab'n Amboss. Ich hab'n Schärfeschwert für dich. Ich hab'n Schab'1 Schwert. Ja, dann mach' das hier. Schluss, Flo. Chab'1, Chab'1, zack. Chab'1, Chab'1, zack. Chab'1, Chab'1, zack. Chab'1, alles. Chab'2, zwei, zwei, zwei. Du brauchst eine Äpfel? Ah, äpfel sehr gut. Gart. Du holst ein Mittenmail? Warte... Wie Gaps hast du? Ich ziehe 3. Drei. wird noch mal drei rausgeschmissen so bist du fertig ja ich wollte gerade nur schauen was ihr für buch kriegt nein dann hör mal auf hör mal auf wie viel level hast du noch fünf ja hier hast doch ein brot buch macht ihr braucht zwei brust und dann go wir haben wirklich nur noch acht minuten ja nimm die gaps noch mit die liegen neben dir was ist das für ein buch das kannst du ja anschauen desto bringt es über was go 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 nicht herunterfallen wenn du tödlich enden schon wieder noch das ist immer noch dinge ich weiß gar nicht wo wir hinlaufen müssen ich hab drei dass du mal lieber weg hauptsache ändert mal los ja wo bist du ich habe gedacht du kommst mit na bin ich da richtung muss man aber essen geht schnell weg bei mir ist es bei dir weißt du guckst auf die koordinaten auch mit na zurzeit nicht da guck mal bitte nicht dass ich falsch lauf dann sox komplett falsch wohin müssen die richtung los ist der spon hast du einen bogen eigentlich nein du ne aber ich habe glaube ich fast keine pferde wo wir kommen da niemals hin in der zeit na glaube ich auch nicht nein umgebracht bist du da ja ja bin ich natürlich die sind auf freien schon mal lange letztes mal lang gelaufen stimmt so wieder da oder das gibt es ja gar nicht lol hier ist so wie sollen wir da durchkommen das jetzt so funktioniert wie kam hier auf jeden fall jemand baum abgebaut und das ganze zucker erscheint auch schon weg zu senden wie freis hast du noch und eben noch sieben Da haben die Chorats Minus 160 Oh Gott, ich muss mal kurz schreiben Da haben wir die Chorat Ja Ja Alex, einmal nicht so weit vorne weg Ja Ganz schönes Stück vor mir Hm Ist natürlich auch schon alles gut Steve Jetzt müssen wir Alex, komm mit Österreich, wir müssen da lang Achso Ne, wir müssen da 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 0 und 300 Neue Lage 0 Tage Wir haben dann überhaupt keine Zeit mehr zum Looten Ja, stimmt 4 Minuten 30 Geil, diese Folge kann so schnell vergehen Nur wenn wir ein bisschen rennen Lava kill überhaupt noch gar keinen Geil, spiele ich nicht Okay Ja 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 Komm Ich habe keine Blöcke im Inf Kann der welche geben Ich baue mir sowieso mit Wood Logo Motor mal her Fack ja Ja Ich habe mich aufgefahren Bist du? Da oben Jetzt haben wir schon fast da Ja Da haben wir plus 300 und 0 Hä Guckst du mal wieder auf die Koordinaten mit Alex Guckst du Hier ist genau, hier müssen wir sie sehen dann Okay Okay Stief, ich braute mal kurz Hm, 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 hm So unordentlich ist sie mit einem weißen Wahnsinn Ich habe die Guckst du wefft ihr mal Essen rum, der wird sich umgebracht Ne Ach, wo bleiben die denn, ey Tick 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 6 Gäbs, oder Wir geh dann einfach nochmal drauf und riskieren einen Strike, okay? Hm Weil wir sie töten, damit wir sie dufen können. Jetzt wäre ein Bogen mit 16 Schüssen sogar. Hast du ein Zauertisch? Ja. V1 Soll ich ab 1 Buch machen? Nix. Wo sind die? Weiß ich nicht. Protection. Ich habe noch ein Protection Buch, Steve. Ja, nice. Ah, im Scherz mit den Armbus gehen. Da unten. Ja. Wo ist der f***ing? 2 Lever. Ich habe keine 2 Lever. Hast du 2 Lever? Nein. Schade. Ja. 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 und bis zum nächsten Mal. Tschüss!